Heute gibt es das nächste Update im Fall Arian für euch. Der vermisste 6-Jährige ist seit Wochen leider nicht auffindbar und mittlerweile ist die Chance, dass er noch lebt, verschwinden gering, gen null, das muss man fairerweise hier so sagen. Dennoch wurde ich auch gebeten, mal wieder ein Update zu bringen und ich habe euch auch versprochen, ich bleibe an den Themen dran. Also wenn euch solche Themen hier interessieren, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um meine Arbeit zu unterstützen und teilt auch gerne die Videos mit Interessierten, denn es gibt tagtäglich immer noch auch weitere Artikel zu dem Fall Arian und ich dachte, ich gebe jetzt hier mal ein neues Update mit einem Beitrag von der Frankfurter Rundschau. Und da steht drin, vermisster Arian, Kriminalwissenschaftler glaubt an Leithese und äußert bitteren Verdacht. Und der Artikel ist vom 3.6., die Quelle ist natürlich wie immer oben für euch auch verlinkt und ich würde sagen, wir gehen das jetzt hier einfach mal miteinander durch. Die Chronologie der ersten Tage. Ja, das wurde hier alles zuhauf schon berichtet. Wer da gar nicht im Thema ist, der kann gerne die älteren Videos in der Playlist mal durchschauen. Mit Drohnen, Booten und Anwohnerbefragungen sucht die Polizei aktuell weiter nach dem autistischen Jungen, bislang erfolglos. Arian verschwand am Abend des 22. April. Also auch schon echt eine Weile her. Der Zusammenhang mit einer Sandmännchen-Sendung scheint nicht abwegig. Warum er das Haus verließ, blieb jedoch weiter unklar. Arian hatte kurz zuvor gelernt, Türen zu öffnen. Seine Eltern alarmierten sofort die Behörden, nachdem sie bemerkt hatten, dass er verschwunden war. Bis zu 1200 Menschen waren zeitweise rund um die Uhr im Einsatz und hoffen auf ein Lebenszeichen. Die Herausforderung bestand von Anfang an, dass Arian wahrscheinlich nicht auf Rufe reagieren würde. Sie versuchte es, die Polizei mit Feuerwerk und Süßigkeiten. Ja, da wurde wirklich alles versucht. Von Lichtkegeln, Feuerwerk, Sprachnachrichten der Mutter, die laut abgespielt wurden. Verschiedene Suchaktionen, Spürhunden, Drohnen, ein Tornado, ein Flugzeug der Bundeswehr, verschiedene andere Gerätschaften wurden genutzt. Also es wurde wirklich alles versucht. Also da kann man wirklich der Polizei, finde ich, kaum, wenn sogar gar keine Vorwürfe machen, war wirklich der Wahnsinn, was da abging. Matzdorf von Polizeiaktionen überrascht. Christian Matzdorf, Professor für Kriminalistik und ehemaliger Ermittler bei der Landespolizei Berlin, betonte bereits im Vermisstenfall Rebecca Reusch, dass der kleinste Hinweis einen Dominoeffekt auslösen kann. Deswegen ist das auch immer noch wichtig, dass wir darüber berichten. Auch wenn das einige kritisch sehen, finde ich das schon immer sehr, sehr wichtig, weil umso mehr darüber berichten, umso mehr äußern sich auch über den Fall vielleicht auch Zeitzeugen oder Leute, die was gesehen haben. Das kann natürlich dann ganz schnell auch bei den Ermittlungen Fortschritte ergeben. Bei Aryan fehlen der Polizei derzeit konkrete Anhaltspunkte. Matzdorf äußert sich im Gespräch mit Ippendorf Media positiv überrascht. Vieles spricht für eine systematische und kindgerechte Vorgehensweise. Gerade unter diesen Umständen im besonderen Fall des autistischen Aryan gingen die eingesetzten Kräfte augenscheinlich sehr kreativ vor. Das hat mich erstaunt im positiven Sinne. Also finde ich auch gut, dass er das hier gut bewertet. Christoph Matzdorf ist Professor für Kriminalistik mit Schwerpunkt Kriminaltechnik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, HWR. Kennt man auch in Berlin die Hochschule dort leitet. Er das Kriminaltechnikzentrum sowie den Krisenstab der Hochschule. Zudem ist der Vorstandsmitglied und Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Kriminalstatistik, DGFK. Er war über 30 Jahre bei der Landespolizei in Berlin. Dann geht sie weiter. Die groß angelegte Suche nach Arheim wurde nach einer Woche eingestellt. Ein fünfköpfiges Ermittlerteam geht mittlerweile den relevanten Hinweisen nach. Matzdorf hält diese Entscheidung für nachvollziehbar. Insbesondere bei Kindern muss man berücksichtigen, dass die Ermittler schnell erfolgreich sein müssen, weil Kinder sich im Unterschied zu gesunden Erwachsenen nicht selbst schützen und versorgen können und besonderen Gefährdungen ausgesetzt sind, zu denen auch Straftaten gehören können. Also wurde ja auch gemunkelt, vielleicht ist er entführt worden, andere Straftaten, die da vielleicht auch passiert sein könnten. Oder dass er halt einfach nicht so lange überleben konnte ohne Essen, ohne Trinken. Und es war ja auch zu der Zeit in der Nacht noch bitter kalt, also Minusgrade. Und das könnte natürlich dann bedeutet haben, dass er vielleicht auch einfach aufgrund dessen, weil er auch kaum Kleidung anhatte, der ist ja barfuß quasi nur mit Strümpfen und einer Jogginghose und einem dünnen Longsleeve unterwegs gewesen, das ist natürlich dann für die Temperaturen zu dem Zeitpunkt zu wenig gewesen. Und ja, dann wurden ja Fußspuren, vermeintliche gefunden an der Oste. Und das könnte natürlich darauf hindeuten, dass er in die Oste gefallen ist. Warum jetzt auch diese Sandmännchen-Sendung so interessant ist, ja, da wurde ein Cartoon gezeigt von einem Cowboy, der dort mit einem Motorboot unterwegs war. Und da dort auch Motorboote immer mal fahren an der Oste, beziehungsweise auch an dem nahegelegenen See hatten einige dann diese Gedanken gehabt, dass er vielleicht deshalb getriggert worden sein könnte und deshalb vielleicht dort in die Richtung gelaufen ist. Und da er ja vorher gelernt hat, wie er mal Türen öffnet, wie er erklärt war, könnte das halt so darauf hindeuten. Dann geht es hier weiter. Aufklärung des Falls, Arjan, stellt auch eine moralische und ethische Pflicht dar. Eine Straftat schließt die Polizei nicht aus, hält es jedoch für Wahrscheinlichkeit, dass Arjan einen Unfall ohne fremde Beteiligung hatte. Die These wird durch kleine Fußabdrücke gestützt, die an der Oste gefunden wurden und mutmaßlich von Arjan stammen. Aufgrund der aktuellen Ereignisse, die öffentlich sind, wie etwa dem Autismus, das Alter und die Hilflosigkeit des Jungen, ist ein Unglücksfall. Aufgrund einer möglichen Orientierungslosigkeit wohl berechtigterweise eine Leithese. Stimmt auch Matzdorf zu. Dennoch betont er, dass aus kriminalwissenschaftlicher und kriminalpraktischer Sicht nichts für absolut unmöglich gehalten werden darf. Auch immer wieder, dass die These bei Rebecca Reusch, dass es auch verschiedene Theorien gibt. Also darf man darüber auch reden. Geht es hier weiter? Es müsse weiterhin berücksichtigt werden, dass bisher unbekannte oder möglicherweise bereits bekannte Personen strafrechtlich relevant beteiligt sind. Dies sei praktisch eine Verpflichtung, bedeutet aber nicht, dass es aktuell konkrete Anhaltspunkte gebe. Und ja, das ist hier nochmal interessant. Dann geht es hier weiter. Die Aufklärungen eines solchen Falles stellt auch eine moralische und ethische Pflicht dar, so Matzdorf, es müsste Lehren zu Prävention ähnlicher Vorfälle gezogen und den Angehörigen Gewissheit verschafft werden. Gerade der letztgenannte Aspekt darf in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden, betonte der Professor. Matzdorf spricht traurig im Verdacht aus. Matzdorf weist darauf hin, dass auch Entscheidungen getroffen werden müssten, die der Öffentlichkeit und den Angehörigen manchmal schwer vermitteln sind. Aktuell dürfen die Intentionen nicht mehr sein, ein lebendiges Kind zu finden, sondern vielleicht über ein vermutlich totes Kind herauszufinden. Ob vor einer Straftat auszugehen ist, wird Matzdorf deutlich. Wie geht es nun weiter? Wird der Fall Arian zu einem Cold Case wie die vermissten Mädchen Rebecca Reusch oder Maddie McKellen? Noch ist es nicht so weit, sagt Matzdorf. Die zusammengestellte Ermittlungsgruppe der Polizei ist nun bis Ende Juni vorgesehen, also noch eine Weile. Matzdorf, der selbst einmal die Suche in einem ähnlichen Vermisstenfall leitete, unterteilt das Vorgehen der Ermittler in mehreren Phasen. Arian bleibt verscheuen. Matzdorf erklärt vier Phasen der Vermisstenfalls. In der ersten Phase geht es um Stunden. Es ist die entscheidende. Hier geht es vorrangig um Gefahren, Abwehr und den Aspekt der Strafverfolgung. Spielt nur im Hintergrund oder bei entsprechenden Hinweisen eine Rolle. Noch einer Woche haben sich die Ermittler dann dazu entschieden, die Suche nach dem Kind unter der Prämisse, es lebend, aufzufinden, zu beenden, sagt Matzdorf. Zweitens, die folgende Phase bezeichnet der Kriminalistik-Professor als aufklärend. Der Sachverhalt hinter dem Verschwinden muss intensiver als in der ersten Phase aufgeklärt werden, um zu prüfen, ob ein Unglücksfall oder eine Straftat einzuordnende Ausgangssachverhalt vorliegt. Auch Ex-Mordermittler Axel Petermann hat das bereits geäußert. Drittens, die dritte Phase ist dann eine reine Ermittlungsphase auf Basis der bisher vorliegenden und noch zu erhebenden Erkenntnisse. Hier ging auch die Familie zuletzt einen neuen Schritt, setzt auf Spürhunde. Viertens, irgendwann werden die Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft eingestellt. Der Fall wäre dann ein sogenannter Cold Case, falls es weiterhin nicht erklärte, aber auch nicht klärbare Aspekte gibt, die Anhaltspunkte für den Verdacht einer Straftat geben. Das Leben des Kindes bieten. Die Ermittlungen können immer dann wieder aufgenommen werden, wenn es neue relevante Hinweise oder Theorien ergeben. Der wochenlange Einsatz und mit den großen Hoffnungen und Ängsten verbundenen Suche nach allen geht allen nah. Heiner van der Verb, Polizeisprecher und seit dem ersten Tag mit dem Fall befasst, sagte Mitte Mai, Wir sind alle Profis genug, aber es ist ein besonderer Fall, der einen nicht kalt lässt. Wir tun alles Menschenmögliche, um Arian noch zu finden. Damit spricht er sicherlich vielen seiner Kollegen aus der Seele. Ein heftiger Fall von dem kleinen Arian und ich habe von Anfang an berichtet, wie viele andere auch. Grüße gehen auch an alle anderen Kanäle raus, die auch darüber berichten. Und danke auch für euren Support in den letzten Wochen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wenn ich auch weiter dranbleiben soll, dann schreibt das gerne unten rein. Und dann soll es das für heute erstmal gewesen sein mit dem neuesten Update. Leider keine Erkenntnisse, wo Arian sein könnte. Ich hoffe, auch wenn das am Ende sehr, sehr gering ist, die Hoffnung und man auch Realist sein muss, dass er noch lebend gefunden wird. Aber man muss jetzt auch Realist sein und das sieht halt momentan leider nicht so aus. Das soll es für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.